Ich möchte mich bedanken bei allen für euer Kommen, wir sind international vertreten, wir haben China, wir haben Vietnam, wir haben India, Italien, Amerika, Israel, this is the United Network, the network is basically a platform for Leute wie euch zusammenzukommen aus verschiedenen Bereichen, kennenzulernen, vor sich stellen Produkte oder whatever, keine strenge Veranstaltung, gute Atmosphäre, dank Mr. Bitom. Nach das Essen und jeder hat sich kennengelernt, ich wollte fragen, wie es dir geht. Mir geht es gut, wie immer bei dir. Wie gefällt es Ihnen bei unserer Party? Sehr schön, sehr schön. Das Hotel ist sehr toll, die Party ist toll. Perfekt. Es war sehr nett, dass Sie mich eingeladen haben, weil das eine super Vorstellung des Hotel Leonardo. Für welche Company noch einmal? Sie. 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 Und Sie sind? Mein Name ist Jing Liang und ich bin selbstständig in München. Ich baue Geschäftskontakte auf, wo wir Deutsche und Chinesen sind. Ich bringe Leute zusammen. Auch eine Networker. Wir haben auch eine sehr breite Globe. Ja, ich finde es sehr schön. Bin auch ganz gespannt oder finde es auch überraschend, hier so ein schönes Hotel zu finden. Ich wohne nämlich in der Marienstraße. Ja gut, ich bin die Isabella. Ich bin Ärztin und habe Christina begleitet heute hier. Und mir gefällt es sehr gut hier. Wunderschön eingerichtet. Ja, perfekt. Ich kann auch dieses Hotel absolut empfehlen und die gesamte Veranstaltung auch. Solche Abende darf man ruhig wiederholen, weil die von Qualität und von Konstanz zeugen. Bis zum nächsten Mal.